Heute war das für mich auch eine Überraschung, als Mahan mich angerufen hat, ob ich heute singen kann für Rojava. Nicht nur ich hier singe, nicht deswegen. Ich glaube, dass das erste Konzert für Rojava gewidmet wurde. Wir waren vor einigen Tagen mit Mahan in Berlin und dort wurde auch eine Demonstration gehabt. Und da hat jemand geredet, hat gesagt, die Kurden sagen immer, außer Berge haben wir keine Freunde. Lass uns die Berge von Kurden sein. Ich habe heute so ein Gefühl, meine Freunde sind meine Berge. Ich fühle mich wirklich ganz gut und ich bedanke mich. Das ist so schön, dass es dich gibt und euch allen. Danke. Ich habe heute so schön, dass es dich Ay Lay lay, korpe, shirinem Batum, shirin, shidem Ben, wa ben, war, ola Yari, emma la, chula Yari, emma la, chula Debin, wa ben, war, ola Yari, emma la, chula Yari, emma la, chula Yari, emma la, chula Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Musik